»Wat die hoch Lü in Berlin of in New York sög Aal so utdenken und beschluten da und sömt ein Satzen, hemm sie fast hollen. In Aal vereinte Nationen söllen wie nachhaltig leben, wo dat so moi heiten deit. Aal Menschen sal dat Goat gorn. Aame und kranke Lü sal hulten worden und wir Aalen söllen helpen, dat die Natur dat Beite gorn deit.« Wie uns in Wunstorp kernig Lü, der genau da mut anfangen. Sie helpen nemlich mit in Klärlorden. Mir in den Stad zweihundet Meter weg van Rorthus het ons kark de Inricht. Dat gif doch soviel Lü, de mögen he Büxen nicht mehr lieden, of sie hemm fölz sovölpe Loves in Schkapp, der aber Aal no Goat sind. Disse Lü können he all Klär in ons Klärlord bringen. Und annen können die den Kopen für wenig Geld. War no Goat is, mut nicht wegschmetten worden. Annen mögen dat Gehen wiede dutzen. Dat is nachhaltig, dat schgoent uns Natur und dat Sport Geld. Ja, ik weet sogar, dat mennig ehn, der do mithelpen und arbein deit, nicht bloot an kasse steit. Wel dohern kumpte, kriecht fogg nog mehr hülp. In ohr dat To hört, of ein Goat wo er da freut, der mod mockt. Und og mollen Telefonnummer, wo er wel wiede helpen kann. Ja, in Wunstorp senden wir dat um, wat de Hooglu in New York beslooten.